Das nächste Video ist Rated P Und Halibu Lass man ein anderes Level nehmen Meins? Ja Nein Das ist jetzt nicht die, die wir gestern geschafft hatten, ne? Achso, das ist die, die wir verkackt haben? Ja Ja, okay, dann go, go Ja, Fabian, du musst auch go, 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 go Ja, nö, ist der Quatsch Oh no, get you Das war echt nicht Das war echt nicht So, jetzt können wir mal einen neuen Hacks ausprobieren, so Aimbot und so Und ich kann es auch einfach medikits planten Cooler Typ Und ich kann rumfliegen Cooler Typ So, weil ich hier rumfliege, seht ihr das? Und du witzig, ich fliege hier richtig rum Und jetzt plant ich hier medikits, siehst du das alles? Ha, ha, ha? Mal, wie ich springen kann ohne Witzschatz Ja, hab ich jetzt auch nicht nur Schutz, weißt du an oder nicht? Äh, ne Äh, ne Hä? Nein, du hast keine Ahnung Du hast einen Anzug mit einer blauen Krawatte, blaue Handschuhe und komm schon aus Du guckst zu Uschi Oh Ja, ihr seht so, äh, gleich aus Das ist auch nicht so, dass der Name da drüber schafft Ich würde sagen, die, die mit einer Weste rumlaufen, gehen hinten rum Und die, die mit einem Anzug rumlaufen, geht schon mal vorne rein Oh, okay Carsten, lass mal vorne reingehen Aber übrigens, das ist nur so, dass wenn man eine Weste dann hat Es gibt ja, es dauert ja, wenn jetzt zum Beispiel vor einer Kamera steht, dann dauert es irgendwie, sage ich mal, jetzt einfach so Also, zum Beispiel, mit einer Weste eine Sekunde, dass man entdeckt wird und ohne Weste irgendwie drei Sekunden Also, so ist das halt Ja, Carsten, ich musste wieder raus, der scheiß Wachmann hat sich mal angesehen Soll ich, äh, schon Maske aufsetzen und den Bohrer holen? Ne, 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 erst mal Ach, leid, hier ist gar kein Wachmann draus, na, ist klar Ja, an sich könnte man jetzt hier mal aufmachen, oder? Boah, ohne Spaß, ich glaub Das mit dem Chameleon wär echt richtig geil, äh, wützig Wie? es gibt die fähigkeit bei ghost chameleon da kannst du dann hier einfach die ganzen markieren muss man spielen damit fabian kamerian also hier draußen vor der bank ist halt wieder eine kamera noch mal die tür hier aufmachen drin fehlt eine noch mal jetzt maske ja ich bin voll aufgeregt also vor dem vor dem büro ist auch eine wache okay wir brauchen jetzt uns jetzt das zwei oder drei wachmänner gezielt 12 leute ich gehe um eine ecke und was ist da steht ein typ und ich habe kein schalter im baukirchen so mag ich nicht diesen kameras okay das wollen wir noch mal aber wir müssen noch mal komplett raus ich habe einfach kein schalter drauf warum auch immer zivilisten töten nimmt mich nimmt mich hart aber leute wir müssen wieso noch einmal komplett raus und da können wir auch abdecken ja das muss den job wieder suchen das war jetzt nicht so prämium oder darum geht es in unserem spiel aber gerade der ist nicht so premium was wir was richtig richtig schweres nehmen genau das mal lieber was einfaches nehmen damit wir das auch schaffen ich suche uns etwas raus was ich weiß ja wohl das ist hart was will ich denn vielleicht auch nicht nehmen nachtclub nachtclub ist gut nachtclub nehme ich gerne das haben wir doch sogar fast geschafft oder nachtclub nacht versa einkaufszentrum pressure das heute auch schon mal gespielt und zweimal verkackt das kann man nicht verkackt ich habe das alleine versucht muss nur schlagt alles kurz und klein ja aber wir müssen halt gucken dass die polizisten trotzdem nicht kommen aber das ist ja aber voll groß deswegen hier sind zwei wachleute und das war ganz oben anfangen werden sowieso das ist auch ein wasser das kann man nicht selbst schaffen hier das ist klar was noch einfach alle machen oder wir müssen auch sagen dass man das oder das kann man nicht schaffen du kriegst einmal als alle wachen auf einmal weg dann lass warte wir platzieren uns dann aber dass wir gleich jeder sucht sich am anfang ein mit bohrer wo ein bohrer einsetzen muss herr wird doch ist direkt in ihm vorbei antworten antworten dann kommen die polizisten noch nicht ich bin leider schon am bohrer nein und das habe ich noch nicht so richtig drin ja dass man das tun muss wenn sie das kasten boxen hier weg das verlustig so wie auch das alles gibt ja eine variante mit e also ich habe schlagen ob e wie macht man jetzt irgendwas kaputt du musst dagegen schlagen hier liegen überall irgendwelche komischen kätzchen und so rum zum beispiel bei uns gerade einmal kurz gegen und dann sind sie sehen sie jetzt irgendwo muss noch fensterscheiben und weinflaschen und so kaputt machen man kann ja auch erschießen auch nicht kaputt machen kann man den lamborghini ja kann man das geht alles nur oben oder was nee auch unten also ich kann hier habt ihr auch schon vor gesetzt muss man den europa setzen ich habe auch noch keinen gefunden wo ich was setzen konnte wo du wählen das hört sich doch gut an ich habe keine gewählen mit kommt her kommt her das ist das beste hier warte lass mich ein bisschen mehr mitnehmen ich hab die zehn prozent ich nehme jetzt so viel mit wie ich kann immer eins von den großen hier mit und auch dann ist auch noch so einer oder nicht ja das war alles schwer und wir stehen hier mit halt hier dann gehe ich mal hier rüber auf diesen action und ein paar wollen ach ich jetzt klappenhaus alter ich will da runter du aber es war doch wohl sind ein paar mehr auch ein deck dann oh fuck kivi getötet steht nicht irgendwo wie viel wir schon kaputt gemacht haben oh mein gott ich kriege gehalten besuch ich bin jetzt lecker wir lassen nach unten Leute ich bin unten und ich kriege hier gerade richtig viel besuch ist ok hier ist ein geldautomat was können wir damit machen wenn du es hier hast kannst du die explizieren was ich glaube das nicht irgendwie so gut wie kann ich immer mal zum vier aus wo bist du kannst du die platzieren jetzt mal da oben wo sie sagen sie spielen soll haben wir müssen übrigens schon auf dem schrauber warten weil da ich damit nichts gebracht aber ich kriege auch gerade ein geschenk das passt schon hoch alter ohne spaß wie lange braucht er noch wo ist die drill leute wo ist die drill 26 sekunden das schaffen wir weil die snive sind richtig fies es wird auch Zeit dass wir immer so eine waffe kriegen ah da ist einer so eine waffe das mit dem c4 wenn ich nochmal rauskomme wie das funktioniert ich meine jetzt noch mehr kraft oder nicht zu kaufen ach Junge 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 das ist vor der gute Orte hier ist nichts drin oder was haua 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 das letzte mal hier in der mitte hier hier da unten ist grad ein bisschen runder zumber haben wir schon den links geknackt jetzt ja da war nichts drin nichts nichts war aber ein bisschen doof gut hart Schlafschütze alter ich bin fast down ich setz medic Schlafschütze ist platt ich setz bei der drill medic wo die drill war unten sind gerade richtig hart viele flucht das möglich auch also ich kann den sack mit nimm den sack mit ja ich wollte eben planten aber aber dann können wir den so planten jetzt jetzt probier jetzt mal jetzt sehr schön und jetzt äh Leute wir können hier rein ja nimm den sack aus los wo 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 bin blind alter ohne spaß wo ich hätte jetzt mal ein bisschen beeilen ja wir sind hier hier genau hier ein schritt weiter danke ja geht doch alter ohne spaß ja da kommt irgendwo ein seil runter ich habe die markierung am boden nicht gesehen ja ich hab dir jetzt erst auch nicht gesehen ich hab doch vorhin reingedrückt bekommen weil ich da so lange starb ja nein alter da sieht man wie wir sowas machen mussten haben wir gerade die geld zu kommen ja lass das nochmal machen ja mehr davon mehr davon erfolgserlebnisse wuuu ja und ich hab nochmal ein halbes level dazu bekommen was nehme ich denn jetzt ich nehme jetzt hier mit was kriege ich oh neue maske knebelmaske hammergeil das gehört oh geil das gehört oh nein Fätzchen ich will den knebelwall das ist doch unschießen what the fuck was hast du denn the horned beast das ist cool das ist auch ziemlich cool das stimmt nimm mal das beast genau äh intelligent kargewehr wurde für dich freigeschaltet lohnt sich das schon mal eine neue waffe zu kaufen weiß ich nicht also ich äh sprache jetzt auch irgendwas tolles voll geil ne ok dann bin ich im arsch so komm dir mal meine maske an voll geil die ist supergut ich will die haben ich will die haben ja man muss den luck haben oder kann man die irgendwie tauschen die kann man bestimmt nicht tauschen ne ich glaub nicht boah das wär voll geil dann würde ich das gehörende beast auch entgegen nehmen so ich suche schon mal einen neuen contract ja mach doch mal du musst jetzt nicht auch eine neue färtigkeit haben ja ich kann das neue skill da brauche ich drei punkte für auch da ist es das gehörte beast der bär gerade sieht aber irgendwie komisch aus so mehr davon go go jetzt machen wir noch ein ding mit